Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ich möchte mal wieder auf ein paar Fehler hinweisen beim Lesen der Surat al-Fatihah. Es geht wieder um die letzte Ayah. Und zwar geht es um Ghyr al-Maghdubi alayhim wa rabballin. Ein weit bekannter Fehler ist, dass manche Leute ein Problem damit haben, das Rhein zu sprechen. Und da es auch in der Lautumschrift sehr leicht zu verwechseln ist mit einem G, der Unterschied ist eben der Punkt darüber, denken manche Leute, dass es heißt, statt Ghyr al-Maghdubi sagen sie Ghyr al-Maghdubi. Das heißt, sie wandern das R in ein G um und das ist natürlich falsch. Das heißt, korrekterweise, so wie man am Anfang sagt, Ghyr al-Maghdubi, Ghyr al-Maghdubi. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass manche Leute aus einem Bade ein D machen. Was bedeutet das? Schauen wir uns mal das Wort Ghyr al-Maghdubi an. Dieser Buchstabe, der heißt im arabischen Bade. Und dieses Bade ist ein besonderer Buchstabe, da er vielleicht nur in der arabischen Sprache vorkommt und keiner anderen Sprache vorkommt. Und er entsteht an den Zungenseiten oder an einer von beiden Zungenseiten mit dem oberen Gaumen. Und dieser Buchstabe bedarf Übung und deswegen passiert das natürlich sehr oft, dass Leute statt Ghyr al-Maghdubi sagen sie Ghyr al-Maghdubi. Das heißt, sie sprechen ein D aus und das ist falsch. Korrekterweise ist es ein Bade. Ghyr al-Maghdubi. Ghyr al-Maghdubi. Und hier heißt es dementsprechend Ghyr al-Maghdubi. Ghyr al-Maghdubi. Ghyr al-Maghdubi. Ghyr al-Maghdubi. Und so weiter. Wallahu tebara wa ta'ala a'alam. Und sallallahu wa sallam. Alla nabiina Muhammad.